Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Devlog. Heute widmen wir diese Ausgabe dem deutschen Entwicklerstudio Black Forest Games. Black Forest Games mit Sitz im baden-württembergischen Offenburg wurde im Jahr 2012 gegründet und basierte bei seiner Gründung zu einem großen Teil auf der ehemaligen Belegschaft von Spellbound Entertainment. Das erste Spiel erschien dann auch schon im Herbst 2012 mit dem Quasi-Nachfolger zu Giants Sisters mit dem Beinamen Twisted Dreams. Ja, man bekommt genau das, was man erwartet. Ein quirliges Action-geladenes Jump'n'Run, welches den Spieler schon bei dem kleinsten Fehler nicht ungestraft davon kommen lässt. Dass dies nicht jedem gefällt, kann man an manchen Steam-Bewertungen sehen. Von diesen sollte man sich aber nicht abschrecken lassen. Gerade das Soundtrack von Chris Hilsbeck, der schon auf dem Amiga mit Soundtrack-Klassikern wie zum Beispiel dem Original Giants Sisters sowie natürlich Turrican aufwarten konnte, machte hier einen sehr guten Job. Der Ende 2013 erschienene DLC machte das ganze Spiel damit noch extremer. Dem Spiel zuvor ging außerdem noch eine Kickstarter-Kampagne, die fast 190.000 US-Dollar anbringen konnte. Nimm man dabei den Zeitpunkt Juli 2012 als Startpunkt der Kampagne, kann man jedoch von einer relativ schnellen Lieferung sprechen. Mitte 2013 startete dann noch die Kickstarter-Kampagne für das damalige Projekt Ravensdale. Einen Monat später, im August, wurde jedoch die Kampagne frühzeitig beendet, weil klar war, dass die benötigten 500.000 US-Dollar am Bestand von ca. 75.000 US-Dollar nicht in der noch übrigen Zeit erreicht werden konnten. Danach war die Zukunft des Projekts ungewiss, denn es wurde auch kommuniziert, dass das Spiel nicht weiterentwickelt wird, wenn die benötigten Geldmittel fehlen würden. In der Zeit danach wurde es still um das Projekt, doch im April 2014 erhob sich dann der Phönix aus der Asche in Form der neuen Kampagne mit dem Namen dieses Dörmers. Diesmal wurde das Ziel mit 50.000 US-Dollar dann deutlich niedriger angesetzt, welches dann auch nach knapp einem Monat erreicht werden konnte. Mitte Juli 2014 ging das Ganze dann auf Steam in die Early Access-Phase und das erste Feedback konnte gesammelt werden. Das Ganze verlief dann auch recht normal, bis dann die Markenrechte für das Spiel angereicht werden sollten. Ende September 2015 wurde dann verkündet, dass im bisherigen Namen aufgrund des Model Levels Diesel nicht stattgegeben werden konnte. Das Problem konnte dann aber mit der Umbenennung in Rogue Stormers umgangen werden, welcher dann als neuer Titel schließlich in der Mitte des Oktober 2015 verkündet werden konnte. Nach einer kleinen Verschiebung vom März auf den April 2016 erschien das Spiel dann auch schließlich als fertige Version auf Steam. Bis heute gibt es aber natürlich auch noch regelmäßige Updates für das Spiel. Neben der Early Access-Version von Rogue Stormers gab es 2015 zu dem, dann auch für den Schmalenthaler, eine PC-Version des Remakes von China Sisters aus 2009, welches damals ursprünglich für den Nintendo DS erschienen ist. Die PC-Version wurde unter dem Namen China Sisters 2D veröffentlicht. Zudem wurde dann auch Ende Oktober 2016 eine Konsolen-Version von Rogue Stormers für die Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Was für die Zukunft geplant ist, ist nicht bekannt. Auf der offiziellen Website bzw. dessen Blog ist der letzte Artikel vom Dezember 2016. Danach kam nichts mehr. Wir können jedoch damit rechnen, dass wir in Zukunft wieder etwas von Ihnen hören werden.